ja mit den worten weekly brawl ist diese woche interessant nämlich mystery man kann sich nicht aussuchen was man wählt was für uns wieder toll ist weil wir wahrscheinlich die helden bekommen werden die wir nicht können einfach alle sind nein warum ist es jetzt wieder aus jetzt wurden wir wieder reinstanziert stand da eben schauen ob es trotzdem los geht aber ich glaube schon torbieren darf ich jetzt theoretisch nicht sterben dann was ja auch deinen wunsch da bekommen dann darf er auch nicht sterben ich denke mal am anfang darf man halt wahrscheinlich den hattest du doch ausgewählt ja okay dann ist es wohl erst danach aber bei der ersten auswahl hatte ich allerdings gewählt ich habe aber die dings gespielt ich weiß nicht mehr irgendwie haben wir lieb aber gerne gefährlich und geht da ganz weit vor einmal durch die tür durchgucken was du so lief hinter dir oder war die video maker scheiße ich muss weg ich muss wenn ich muss und hat zumindest ihren heiler platt gemacht ja ein reiner hat es auch weg dann bist du junket nehmen da hat sich schon wieder neu ich dachte so ein tank wird er stimmt beim letzten mal war war die mein wo ich ja so mit ihr gemeckert habe ich muss dazu sagen ich habe noch nie wirklich gespielt er war mehr als immer nur alle zehn sekunden eine wand dahin setzen haa aber ich habe einen kill das ist alles was zählt aber wie gesagt finde ich eigentlich ganz geil dass man nach jedem nach jedem nach jedem kill also die idee ist mal einfach nach jedem trug mal einen anderen charakter spielt auf einer nach jedem mal gucken was heißt nichts kommt aber ganz so viel nicht langweilig sondern langsam also ich finde es auf jeden fall auch besser als das letzte weil ich weiß nicht das fand ich halt doch schon ein bisschen mehr beschränkt beschränkt glaube ich recht gut war gar nicht gemerkt dass ich einen neuen charakter habe weil ich in beiden fällen so eine kanone haben es wird ja immer besser die ganze zeit die charaktere die ich eigentlich nie spiel nicht ich habe mich nicht die 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 auch meine drogen eben noch von mai geredet aber man kriegt sehr schnell sein das war doch echt mal eine beschissene mauer vom eigenen wohlgemerkt ich habe ich hätte ich wollte glaubt glaubt zumindest das ist das ist schneller geht ich meine weil sonst sonst hätte sie auch quasi fast immer noch widowmakers unterwegs ach ich bin schon wieder mai naja gut aber solange die da nur stehen die widowmakers können sie nicht den Punkt einnehmen also zumindest torbjörn ready to march torbjörn soldier geht jetzt auf den Punkt gar nicht gehört gut dann versuche ich mich mal als sniper das kann eigentlich nur schrecklich werden doch ultimate lädt auf jeden fall schneller fallen doch ultimate lädt auf jeden fall schneller fallen mercy on call irgendwo rechts ist eben genzi aber ich weiß nicht wo er ist ich bin torbjörn das war einfach mal da gibt es schlimmeres ja besser mal hier gar nicht und sind tot kommt jetzt doppelt mercy naja wir halten uns gegenseitig hey sniper ja bin ich mal tot hm aber ich habe den einen stationären charakter durch einen anderen stationären charakter ersetzt ich bin Affe jetzt haben wir drei mercy ja vor allem vor allem kann dann halt die eine mercy die andere mercy heilen genau und wir haben uns auch gegen die 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 sie heilen und wir haben uns auch gegen die 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 heilen wiedergelebt. Dann kommt noch ein Affe. Aber auf der anderen Seite. Also so ein Mutli Brawl, der gefällt mir halt echt. Weil das ist halt wirklich jetzt wirklich das, was ich mir eigentlich immer wünsche von Mutli Brawl. Das ist einfach ein superes Wahnsinn, genau. Ja, einfach so rumdrawlen halt. Ja. Einfach ne, einfach ne Pan rumdraht. Ja, genau. Und viel nachdenken. Ich hab grad ein paar Leute verprügelt. Ich hab mal die Position gewechselt. Das Nette ist der Torbjörn, der deckt mich hier die ganze Zeit. Mit seinem Schild. Du meinst der Ding, der... Reinhard. Ja. Ja. Du bist wieder am rumhämmern. Oh, ich bin Mei. Wie schön. Bring it. Ah, nee. Ich bin... Ach. Die Russen. Sehen ja ungefähr gleich aus. Ja. Die Russen ist zum Beispiel auch ein Charakter, den ich nie wirklich gespielt hab. Ja. 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 Das war's. Du bist in da. Oh, das könnte... Obwohl, ja, nee. Wahrscheinlich ist es das nicht. Also... kill the spiel oder play of the game weil weil na ja ich bin halt bestien und ich hatte jetzt schon zweimal meine ultimit und beide male habe ich oder vier erwischt haben wir zwei über die seite an der seite werden zu besitzt aufgebaut oh scheiße ich hab mich erwischt mal gucken was ich jetzt bin na habe ich mich auch so gut tracer, ach nö oh ich wurde wieder belädigt ja dann bist du wieder dasselbe oh wieso komme ich mir nicht mal dazu tracer zu spielen ne oh oh da ist wieder weg oh ich bin tot aber ich habe den gierischen heiler getötet ich denke mal das wäre dafür zu sterben tor noch mehr mercy oh tot wurde wieder belädigt ich brauch heilung, ich heil mich hier mh kann ich mehr ich heil mich kann ich nicht ich heil dich ich heil dich kann ich nicht Das war mal richtig durcheinander. Auch die Skins waren glaube ich Zufall, oder? Ja, keine Art. Ich habe keinen neuen System. Ich habe einen eigenen Skins ja, außer an den Armen nicht. Ja, wenn du stirbst, aber da bist du nicht immer drauf. Ja, gib ich dem Caesar, weil der hat mich, muss ich sagen, ich hätte als, ähm, ich hätte nicht so lange töten können, hätte der Caesar sich nicht mit seinem Schiff vor mich gestellt. Ja, der hat das richtig gut gemacht. Ich habe sogar 17 zu 6 als Kill-Death-Ding. Mir fehlen noch 11 Punkte bis zum nächsten Level. Ne, 111. Aber jetzt kommt das ganze noch mal im Anruf, oder? Ah, schade. Aber wir spielen da noch, ne? Ja, eine Runde davon können wir auf jeden Fall noch machen. Warum kann ich meine Loopbox? Ah, super, ich habe etwas Legendäres bekommen. Und? Warum? Ah. Na ja. Ja, kannst ja was verkaufen. Und das Kind für die Russen, die ich nicht spiele. Ich habe sie genutzt und habe sogar kurz ihren Ultimate einmal genutzt. Der war gar nicht mal so schlecht. Ah, das ist ja dieses Gravity. Ja. Ja. Vor allem ist das cool, Andy spielt die ganz gerne, mein Freund. Und da ich die ganze Zeit Zelda spiele, ist das ganz cool, wenn wir uns dann absprechen, wann wir beide unseren Ultimate Ready haben. Weil dann zieht er die Leute ran und ich mache meinen Ulti und dann schießt er tot. Und dann... Ja, das kann man glaube ich mit einigen kombinieren. Auch mit dem Whip-Tire oder mit Farah's Ulti. Genau, ja. Überall wo es Sinn macht, dass sie alle auf einem Hafen sind. Ja. So, Angriff. Hollywood. Ist das wieder der Brawl? Ja, einmal machen wir noch Brawl. Wir brawlen noch eine Runde. Was? Drei? Drei? Soll ich? Ne, okay. Dann nicht. Ach, ist doch eigentlich echt egal, was wir jetzt da wählen. Ja, echt. Du gibst doch deine Ehe und dann kriegst du noch nichts. Hat der das? Ja, aber der erste Held, der ist das Wichtigste. Ne, dann wähle ich jetzt auch eine Farah. Ja, dann sehen wir jetzt alle Farah. Ja? Was ist egal. Ich würde die gerne spielen. Ja, wähle einfach Farah. Ja. Auf geht's. Das sagt ihr doch, glaube ich, auch, dass einer von ihren Sprüchen irgendwie hier. Choose Farah for your security. Ach, nee. Oh, nee. Wechseln sie weg. Oh. Ach, ich bin jetzt auch was an. Ich bin jetzt auch Senyata. Ja, ich bin auch Senyata. Jetzt sind wir alle Senyata oder wie? Ne, ich bin Weeper. Oh, okay. Ich dachte schon, das wäre lustig. Dann hast du mir jetzt alle Senyata gemacht. Aber man hat die Skins, die man sich gekauft hat. Ja, und wenn man keinen hat. Oh, jemand hat mir so eine Kugel gegeben. Wie gebe ich denn die Kugeln? Du hast, glaube ich, einen Buff und einen Debuff. Da war irgendwas mit Line of Zeit, aber ich habe den halt nie wirklich gespielt. Der Böse. Ah, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Und beim Weeper habe ich halt echt darauf geachtet, dass ich einen weißen Skins habe. Und nicht immer so schwarz, sondern jetzt bin ich hier so der... Ja, ich finde den auch total cool, den weißen. Ich mag auch immer weiße Skins. Was generell... Er muss nicht weiß sein, aber halt, äh, ohnehin... Ne, ich mag weiße Skins. Aufs Dach komme ich dann noch, aufs Dach komme ich dann mit nicht. Toad! Hey! Das war knapp, ey. Ich wollte dich gerade noch heilen. Naja, war ein bisschen zu viel. Okay, wo du? Oh! Oh! Ah! Syp, thank you. Oh Da habe ich zwei Tanks in die Mangel genommen Ich konnte nicht mal reißen Und wieder was? Hey, du bist so ein Wieder Wieser Da muss es schon einer Wo habt ihr denn alle? Oh, ich bin froh Gehen hier alle rum? Gehen gar nicht raus auf die Präuschen Wegen sich zwar Aber Haha Ja, gleich nochmal Guck, dass hier die Läser und alles so unzerstörbar sind Ja, habe ich mir auch gerade gedacht Ja, ja, ich weiß Ich bin hier einfach hinterher gelaufen Ich bin hier 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 Ich habe irgendwas gedrückt Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Ich bin hier Ja Ich bin ich hier Ich bin hier Musst man jetzt nicht unbedingt mit rechnen? Was? Da ist doch eine Macht im Antriff. Ja, natürlich, das haben wir absolut nicht gemacht. Ich bin zum dritten Mal Tracer. Ich will dir mehr. Ich will auch Tracer. Ich will doch was anderes. Weißt du was willst du denn, wenn du keinen Bock auf den Charakter hast? Einfach alles schießen lassen. Exakt. So wie es gut gerade gemacht hat. Dann musst du nur hoffen, dass nicht gerade eine Mercy da ist, die dann ihren Urteil benutzt. Ah, die haben hinten, die haben hinten zwei Mercys, die machen es genauso wie hier. Oh, jetzt bin ich Bastion. Wollte ich auch schon machen. Gerne, stell dich auf den Wagen. Ja, wo ist der? Ich muss erstmal hinkommen. Ja, genau. Ich spiele sofort. Ah, kommt eine Rutz hin. Ich bin begeistert. Da kommt ein Reinhard. Wollte ich gerade noch durchklingen? Oh, McCree. Das wäre dann eine Krotze oder das Vergnügen. Oh, das war lustig. Was ist denn passiert? Ich bin einfach nur da gestanden und hab geschossen. Ich hab nicht mal gezogen, aber nur geschossen. Zwei neue Geschichten. Ja, so soll das sein. Ah, dasiryte. Ich hab die dailerde. Okay, jetztingig ihm sein, seine Platte oder Z微n? Oh, ich verißte dir, ich hule. Ja, derEEEEER platte. Ich bin auf dem Feuer! Jetzt, wir geben uns! Sie sind getötet! Armour auf! Hanzo! At your service! Oh, nö! Hanzo! Was muss das sein? Man kann ja auch haben, wie wir das Gefühl haben, dass ich nicht wirklich viele Charaktere mag. Das stimmt, ja! 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 Hanzo! Wow! Das ist schön! Toast! Oh, scheiße. Yay, Junkweld! Das ist Magik. Viva! Ach Mist, ich hab der Fasch knapp gedrückt. Da müssen wir die Viva halt kommen. Sieg zu sehen. Sieg zu werden! Werte, in der Knie, Höwe und den relationships. Werte, es ist nicht mehr. Ja, egal. Hinten? Ja. Also bei deren Punkt. Entschuldigung. Und links eine Hand hoch. Scheiße, ich hab doch Kuh gedrückt. Hey, wahrscheinlich nicht. Wir sind halt zu spät. Und es dauert hier auch mal ganz kurz, bis der Rücken nicht ausfüllen ist. Oh, wieder. Ah. Gut, war aber auf jeden Fall interessant. Ja, ein sehr lustiger Brawl. Oh. Hey. Solltest du öfter mal spielen, ne? Vielleicht, ja. Das hat er gemacht. Leute haben gewonnen. Ja, doch. Ja. Ich würde sagen, das war ein... Mit einem anderen Charakter. Ja. Excellent. Wo ich das mit dem Bettchen immer viel lustiger fand. Ja.